Wer weiß wie lange noch. Doch wozu die Sonnenbrille? Was glaubt sie, wo sie hier ist? In Hollywood? Der Magier öffnet die Klappen. Und sie ist sich trotz ihrer glamourösen Aufmachung nicht zu fein hineinzusteigen. Allerdings ist es ganz schön eng. Wenn er die Klappen schließt, erkennt man, dass der Schrank in Wahrheit aus drei Kästen besteht, die aufeinander stehen. Ein letztes Hollywood-Lächeln und auch die letzte Tür wird verschlossen. In der unteren Box ist ein Loch, durch das ihre Fußspitze ragt. So kann das Publikum die Assistentin während des gesamten Tricks im Auge behalten. Ein letztes Mal prüft er die verschlossenen Türen. Ist sie kitzlich? Jedenfalls ist sie noch da. Nun wird es magisch. Nicht ganz mühelos schiebt der Magier den unteren Kasten zur Seite. Immerhin werden dabei ihre Beine abgetrennt. Armes Ding. Gut, sie war etwas eingebildet. Doch das hat sie auch wieder nicht verdient. Immerhin bewegt sie den Fuß noch. Also scheint noch nicht alles verloren. Als nächstes entfernt der Magier den oberen Kasten. Somit sind Kopf und Schultern ebenfalls vom Rest getrennt. Und sie besteht nun aus drei immerhin gleichmäßig portionierten Teilen. Der rote Kasten kommt erstmal auf den Boden. Der Magier ist sich noch unschlüssig. Er wirkt nicht besonders gut vorbereitet. Über und unter dem grünen Kasten ist nun nichts mehr. Das beweist, dass die Assistentin tatsächlich zerteilt wurde. Dann stellt er den roten auf den blauen Kasten. Da gehört er nicht hin. Aber mal sehen, wohin das Ganze führt. Er öffnet die Klappe. Man sieht die Assistentin vom Kopf bis zur Schulter. Glamourös und in bester Laune. Darunter bewegt sich noch immer ihr Fuß. Ob die Sonnenbrille ihr die Sicht auf die Realität verblendet? Als nächstes stellt der Magier den roten Kasten zurück. Aber nicht an die richtige Stelle. Offenbar findet er allmählich Gefallen an dem Spiel. Der rote Kasten steht nun neben dem blauen. Man beachte den sich noch immer bewegenden Fuß. Und im roten Kasten steckt noch immer die gut gelaunte Sonnenbrillenträgerin. Nun ist es aber genug. Der Magier stellt nun die alte Ordnung wieder her. Der rote Kasten kommt zurück auf den grünen. Jawohl, genau da gehört er hin. Dann kippt er den Fuß der Assistentin an, damit sie weiß, dass er den Kasten zurückschiebt. Jetzt ist wieder alles wie am Anfang. Und wie geht es der jungen Frau? Hoffentlich gut. Die Klappen sind entriegelt. Und da ist sie. Unversehrt und strahlend. Ein Hauch von Hollywood zusammen mit Magie und Zauberei. Doch gibt es eine natürliche Erklärung für diese Illusion? Dieser Trick erfordert eine ausgeklügelte Choreografie und eine sehr gelenkige Assistentin. Zu Beginn tritt die Frau in den Schrank. Durch das Loch im unteren Kasten ist während der ganzen Zeit ihr Fuß zu sehen. Vor den Augen des Publikums wird sie scheinbar dreigeteilt. Doch öffnet man den blauen Kasten, sieht man, dass sie zusammengekauert darin steckt. Sobald der Magier die letzte Tür schließt, hockt sie sich in den unteren Kasten und schließt eine Geheimklappe über ihrem Kopf. Ihr ganzer Körper steckt nun im unteren Kasten. Wenn dieser nach rechts geschoben wird, glaubt man, ihre Beine würden durchtrennt. Doch wie gelangen ihr Kopf und die Schultern in den roten Kasten? Ganz einfach. Der Magier achtet darauf, dass der Boden des roten Kastens nicht zu sehen ist. Aus gutem Grund, denn es gibt keinen. Die Geheimklappe, die die Assistentin soeben geschlossen hat, lässt sich auch nach oben aufklappen. So kann die Assistentin problemlos ihren Kopf und die Schultern hindurchstecken. Der rote Kasten macht die Illusion glaubwürdig, da man denkt, ihr Kopf habe schon die ganze Zeit darin gesteckt. Doch wie kommen ihr Kopf und ihre Schultern in den Kasten, als dieser neben ihren Füßen steht? Im roten Kasten ist eine raffiniert aufgemachte Fotomontage von ihr, an der falsches Haar und eine Sonnenbrille befestigt sind. Das Foto, das Haar und die Brille sind auf einer Schaumstoffunterlage befestigt. Das nächste Geheimnis ist eine Seite der roten Kiste. Sie besteht aus flexiblem Kunststoff. Die Assistentin kann sie beiseite schieben. Das gilt auch für die Seite der blauen Kiste. So kann die Assistentin aus der blauen in die rote Kiste greifen. Sobald die rote Kiste neben der blauen steht, greift die Dame hinein, entfernt eine Blende und lässt ihr Fotodubel herunterschnappen. Das Haar, die Brille und die rechte Hand reichen aus, um das Publikum von der Echtheit zu überzeugen. Die Klappe wird deshalb nur kurz geöffnet und so ist die Illusion perfekt. Der Magier stellt die Kästen wieder in der richtigen Reihenfolge aufeinander. Bevor er die Klappen öffnet, richtet sich die Assistentin auf. Alle glauben, sie sei dreigeteilt und auf magische Weise wieder zusammengesetzt worden. Doch eine durchdachte Abfolge und eine gelenkige Dame sind das ganze Geheimnis.